Herzlich Willkommen zurück meine Freunde zu Shadow Tactics in der letzten Folge haben wir aufgehört und versucht diesen einen Wachmann da unten irgendwie von dem Platz zu kriegen was jetzt auch klappen kann da der Zivilist hier im Weg stand So und ich hoffe Ed springt auf den Sarke an Das ist viel Aufwand Na komm, geh doch zum Sarke Oder geh hier rein Nein Hier Da Nein Das war knapp So, wenn ihr beiden jetzt hier hinkommen würdet, wäre das gar... Oh Gott Das ist nicht gut Nein LoL Das klappt nicht mehr Ich hab ja mega passend gerade abgelenkt, Alter Das ist ja traumhaft Ich würde mich niemals in den Busches heiden, was soll denn das? Oder was? Nichts hier Egalen Geist, vielleicht? Du kannst mich nicht leidigen Wollt ihr nicht einfach weg gehen? Ich hätte das so schön gemacht gerade Crawling Thür Hush Kratztube Keiner! Zurück zu deinen Posten! Ich werde nicht verlieren. Wir können einfach... Wir können einfach... Wir können einfach reingehen. Oh... Wir haben tatsächlich geschafft reinzukommen. Ja! Ja! Was bist du denn? Oh Gott! Irgendwie soll ich denn da wegkommen? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich bin ein hoher Ranking-Office. Nicht bis wir eine soliden Befugung haben. Entstanden. Gut dann. Bereit? Yuki-chan? Bereit! Boah... Okay. Krasse Aufgabe auf jeden Fall. Also... Ich muss mich mit Yuki irgendwie hier verstecken. Schaff' ich tatsächlich... Also mit ihr komm' ich da tatsächlich hin. So... Ich muss aber auch hier an das Teil ran. Dann kann ich mich mit ihm hier verstecken. Okay. Okay. Ich bin noch beide ausgewählt. Kurz speichern. Also... Ich muss jetzt hier erstmal aufräumen. Gucken, dass ich zum Beispiel... Dass ich ihn... Nein! Wohle, okay. Das passt noch. Ist das dein Ernst? Es ist dein Ernst. Okay. Der hat anscheinend eine unfassbar gute Sicht. Die hatte tatsächlich... Das heißt, den müsste ich zuerst ausschalten. Der sieht die Leichen, ne? Ich muss den ausschalten. Scheiße... Das heißt, ich müsste theoretisch... Über das Dach, da runter... Wenn ich da runter gehe, lande ich aber direkt vor seinen Füßen. Das bringt mir nichts. Wo steht der andere Turm? Ganz in der Ecke. Ist auch nicht besser. Der hier ist eigentlich ganz gut. Das ist nur ein bisschen blöd jetzt hier geregelt. Wie kriege ich den Typen ausgeschaltet? Und den vor allem? Was? Hör! Okay, Yuki. Dann bewegt dich mal. Ah, separat. Ah ah. Es gibt einen Schrauf. Lass uns mal rausfinden, wie wir das jetzt machen... Komm her. Oh, das ist einfach. Ganz einfach. Das muss sofort beantwortet werden. Es wird errichtet werden. Oh, kühlte Fuß. Den bummst ich dann den um. Also den bummst ich richtig um. So, ganz kurz. Wenn ich jetzt... Ich hab'n Plan. Ob der funktioniert, da bin ich mir noch nicht so sicher. Vor allem kann der nicht klappen, wenn der Typ da steht. Und von Sarke lässt er sich ja auch nicht ablenken. Und zwar, wenn ich jetzt so mache... Wer ist das? Wo rennt die Frau demnächst hin? Läuft der jetzt, oder läuft der nicht? Nein, nicht da runter. Jetzt kommst du da runter. Nein! So. Mein Beard ist trocken. Du kannst mich nicht überlegen. Scheiße. Diese Fußspuren. Vor allem, ich kann ja keinen Zivilisten umbringen. Das geht ja nicht. Scheiße. Wie mache ich das? Warum werden die denn alle gesehen? Warum decken die sich alle gegenseitig? Die Zeit ist gekommen. Ich könnte da Sarke hinwerfen. Da ist auch noch ein Busch. Warte mal. Idee. Oh Gott, schlechte Idee. Zieh nur die Fußspuren. Was ist das? Wer macht diese Fußspuren? Mein Leben für den Schrauben. Oh, so beeindruckend. Zusammen sind wir stark. Lol. Wo kann man rein? Das ist natürlich gut zu wissen. Geh da rein. Warte. Warte, kleine Junge. Wer geht da? Wer ist so kalt? Ich bin in den Busch. Ich bin in den Busch. Oh. Es war zu langsam. Anderes Problem. Kann ich von da drinnen Fähigkeiten nutzen? Machen wir es mal so. Kann ich theoretisch. Das ist gut. Was ist das? Ah, das ist ja. Schön. So. Dann rufe ich nämlich jetzt von hier drinnen. Oh, das ist ein guter Traum. Es ist zu schwer. Entschuldigung. Wer macht das? Die Leute können in der Schnee spielen. Sordwyn. Warte, die Erde ist dunkelbar. Ihr tut das. Oh, nein. Komm da nicht rein. Ich schaue die Schnee. Ich trage dich auf die Schnee. Sie brauchen zu lange. Beziehungsweise, er braucht zu lange. Krass. Ich weiss absolut nicht, wie ich das machen soll. Kann ich... Ich kann nicht theoretisch umbringen, aber ich kann nicht einfach einen Zivilisten töten. Sorry, aber es gibt Dinge... ...die gehen so nicht. Ein Samurai findet nicht ein altes... Kevin. Das ist gelegt. Ich werde schlafen. Ah, mein Tukuri. Ich werde... Schade, dass ich das weggegeben werde. Schau dich noch nicht, du wirst freundet. Mein Leben für den Shogun. Guck mal, Freund. So, warte auf, Little Chief. Fettbewerber, Little Trailer. Oh, so scharf. Hush! Schneller! Wieso braucht die so lange? Gibt's doch nicht. Dann gehen wir mal entsprechend. Mhm. So. Gehst du jetzt einfach mal da hin? Ist das ein Po? Herr Samurai geht da hin. So. Ich muss gucken, dass die... LOL Alter Vater Ich bring jetzt den Zivilisten um Sorry Freunde, aber... Nicht so wie das... Schau, schau, schau Die versorgt mir sonst das ganze Spiel Es gibt Dinge, die gehen manchmal nicht anders Frage ist... Ist das zu auffällig hier oben? Sorry LOL Den hatte ich nicht aufm Schirm Den äh, hatte ich tatsächlich nicht aufm Schirm Hubbala Oh, so scharf Wieso? Ist doch kein Problem Ist doch ein Problem Holy Kriege ich das hin, dass sie das runter wirft? Kannst du mich nicht sehen, ich bin hier oben Ah ah... Es ist ein Schortcut Okay... Das heißt... Ich muss... Den wegpfeifen, sobald der da steht quasi Also jetzt Wer geht da? Komm her Silenzsteppen Ich behalte... Ich kann das tun Nein Was? Wer macht diese... Schmerzen? Er ist tot Komm her Das ist ein guter Trick Schmerzen Schmerzen Sie sind von oben Schmerzen Scheiße Der Busch will dich nicht schützen Nein Ich kann mich weg Nein Ich kann mich weg Nein Ich kann mich nicht Schmerzen 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 Ich bin nicht Schmerzen 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 Hätte ich mit den geholt Oh, vielleicht... Dreh dich um Dreh dich um Dreh dich um Hhhhhhhhhh Wieso kannst du die Falle nicht einfach werfen? Wieso kannst du die Falle nicht einfach werfen? Okay Ja, hier sind die Footprints das Problem Und ich kann nicht runter, solange der da steht Versteht ihr mein Problem? Ich glaube ihr versteht mein Problem Und von da oben Oh, kann ich doch da runter? Hhhhhhhhhh Hat sich da eventuell gerade mein Problem erledigt? Ohhhh Okay, dass die Wache jetzt da rum eiert ist natürlich scheiße Geht ihr auch wieder weg? Geht ihr auch wieder weg? Geht ihr auch wieder weg? Es funktioniert aber Ich muss nur gucken, dass ich den unten irgendwie abgelenkt kriege Das ist eigentlich schon mal ganz nice zu wissen Oh, das ist easy Das ist easy Ja, das ist super easy Der ist das Problem Das heißt Geht da runter, ich geh da rein Jetzt hole ich mir ihn 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 Ha! Ich bin nicht so agil So, Fußspuren Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier rein Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier rein Ich kann nicht Ich kann nicht Wir müssen weitergehen Zus顯ifel Du kannst ihn hier rufen Okay, das muss ich besser teilen Ich muss ihn in den Busch unten kriegen Um dann den Typen mit Sarke abzulenken Es ist Kriegel Sentiment Ja, cep heute Sch, sch Gar nicht mal so easy Wie gesagt, die Fußträger sind das Problem. Jetzt sieht der das. Wieso sind die alle geschützt? Das ist doch nicht dein Ernst. Dieses Spiel ist unfassbar schwierig. Ich platziere die Funds jetzt erstmal im Schnee. Kann ich durch die Hecke gucken? Das ist doch kein Gebäude. Da komme ich auch nicht rein in diesen komischen Schuppen. Ich könnte mir einen Spin-Attack machen. Dann müsste ich das aber... Oh, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Speichern. Meine Pläne sind nämlich nie so die besseren. Ähm... Hörst du Klaft drücken, kann ich auch. So. Mein Plan ist, mit dem Samurai. Dahin. Gleichzeitig hier wirbeln, wenn ich den umbringe. Und auf die Fußträger achten. Und auf die Fußträger achten. So. Ich will. Ich muss den Planungsmodus nehmen, sonst klappt das nie im Leben. Ähm... Du machst hier bitte... Remi Demi. In der gleichen Zeit. Nee. Erledigst du bitte... Im Schleich-Modus... Die Wache. So. Das Ganze muss jetzt nur funktionieren, während der nicht da ist. Das heißt, die müssen zusammenstehen, während er genau an der Position steht. Weil sonst sieht der nämlich, wenn ich hier Remi Demi mache. Und das jetzt zu timen, weiß ich nicht, wie das klappen soll. Oh, sieht der den Bereich gar nicht. Wenn er sich dreht, sieht er es. Ich speichere mal gerade. Weil auf Position hatte ich die noch nie. Jetzt. Nein. 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 Ah. Ah. Scheiße. F8. Ah. Okay. Das funktioniert, wenn der weg ist. Das heißt... Wieso hat denn der überhaupt geguckt? Wo hat der... Wieso hat der nach da oben geguckt? Jetzt hab ich noch nicht... Warte mal ganz kurz. Ach der da... Ganz... Oh lol. Der ganz unten... Hu. Hu. So. Speichern. Drei Gegner weniger. Ha ha ha. Holy Macaroni. So. Ich näher mich dem Turm. Nähern ist nur sehr relativ. Ne. Sarke will ich gerade nicht. Scheiße. Ich kriege ja nicht angelockt. Ich muss die beiden... Wenn ich die beiden wegkriege, komme ich da dran. Komme ich auf das Gebäude? Ne. Ich komme in das Gebäude wahrscheinlich. Ne, komme ich auch nicht. Ah. Okay, wo sieht der alles? Hier in der Hecke kriege ich den gerufen. Die verlassen den Posten eh nicht. Okay. Ich muss theoretisch... Erstmal da wieder hoch. Das interessiert mich jetzt. Der sieht mich eh nicht, ne? Schlau. Das ist ein guter Trick. Warte auf, kleine Meister. Ich kann das tun. Oh, so. Oh, schlau. Schlau, schlau. Schlau, schlau. Schlau. Ich kann das tun. Schlau. Schlau. Das ist über meine Höhe. So. Die Samurais gehen ja eh nicht weg. Das heißt, ich kann mit ihr quasi machen, was ich will. Und ich muss den einzelnen Typen da rufen. Das kriege ich am besten... Ich muss mal kurz die Kamera drehen. Wenn ich in dem Busch sitze, kriege ich den. Warte auf, kleine Trapp. Schlau. Schlau. Oh, der... Der kommt wahrscheinlich hier lang, oder? Warte mal. Ich weiß halt jetzt nicht, von wo der kommt. Oh, Fußschuhe. Die müssen natürlich vorher noch weg. So. Schlau. Die gehen eh nicht. Fuck, der läuft wirklich durch Hecken. Schlau. 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 Schön zu wissen, dass die tatsächlich einfach durch Hecken laufen. Ich hab's fast befürchtet. So. Und der Typ ist, glaube ich, jetzt das geringste Problem, ne? Ja. Obwohl... Ja. Die sehen das alle nicht. Oh, so scharf. Easy. Ab in die Hecke damit. Hier. So. So. Dann kann ich jetzt hier... So, jetzt müssen wir... Jetzt kommt's halt drauf an, wie das ganze Level funktioniert. Und zwar... Du gehst da hoch. Ja, die Frau ist mir trotzdem Lotte. So. Du musst einfach mal kurz hier hinten hin. So. Speichern. Der läuft immer noch so, wie er... Wie er Bock hat, ne? So. Lo, was? Oh, oh. Ich weiß nicht, von welchen Fuß... Oh Gott. Nicht gucken. Nicht gucken. Okay. Okay. Geh einfach vorbei. Together. Wir sind stark. Für den Shogun. Und dem Samurai hau ich jetzt das Ding kaputt. Ich weiß halt nicht, wie viele Wachen der Typ wegschickt. So. Das Ding ist halt, ähm... Oh, guck mal da. Das ist ein Puzzle. Scheiße. Hush! Komm! Ja man, keine Footprints. Kann mir keiner sagen. Ich muss halt jetzt rausfinden, wo ich genau... ...klauen kann. Beziehungsweise, wo er halt, ähm... ...unbeobachtet ist. In welchem Radius. Der hat sich... Der hat sich... Muss ich mir halt irgendeine Ecke suchen. Ich schalte die halt alle nacheinander aus. Das ginge ja theoretisch auch. Oh, das ist einfach. Das ist einfach. Ich bewege. Ich bewege. Nein! Ich habe dich! Ich dachte, die braucht vielleicht nicht so lange. Dann mach ich das aber anders. Dann mach ich erstmal hier die Leichen weg. Sonst eskalieren mir diese Samurais zu viel. Dann hol ich mir jetzt noch die hier. Kaballa. Und ich hol mir noch den hier. So. Dann können wir jetzt hier auch Remi Demi machen. Ist ja trotzdem die Frage, wie ich oben das geklaut kriege, ne? So. Ne, den Modus will ich immer noch nicht. Weghauen. Was ist passiert? Gehen! Investigieren alle von euch! Das wird sie weg. Schau dir, Yuki-chan. Ja. Steil die Papier. Schau dir nicht. Schau dir nicht. Schau dir nicht. Schau dir nicht. Wie? Ich weiß absolut nicht, wo die Lücke ist. Jeder Winkel wird... Wie mach ich das?